Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Eine Anmerkung, eine wichtige Anmerkung. Die Sahaba sind allesamt Udul. Sie sind allesamt vertrauenswürdig und gerecht. Und hierbei besteht Ijma'ah, besteht Konsens. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, in Surat Ali Imran Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgebracht worden ist. Das ist vor allem auf die Sahaba zurückzuführen oder auf die Sahaba bezogen. Und Imam Ibn Abdelbar al-Maliki al-Andalusi sagte, Er sagte, die Sahaba sind alle gerecht, alle Udul und man ist mit ihnen zufrieden und sie sind vertrauenswürdig und genau. Und hierbei sind sich die Leute des Wissens, oder hierbei sind sich die Leute, die Wissen über Hadithe haben, einig. Man fragt nicht über einen Sahabi, ist er Fiqhah, ist er vertrauenswürdig, muss man ihn überprüfen. Nein, den Sahabi überprüft man nicht. Weil Allah subhanahu wa ta'ala in etlichen Versen herabgesandt hat, dass er mit ihnen zufrieden ist. Das war's für heute.